Ich kam nach Haus von einem stressigen Tag Ich bin K.O., mir tut alles weh Das Richtige jetzt wär ne Pizza Salami Wow, das ist ne gute Idee Hab sofort den Mantel angezogen Und bin in meine Schuhe geschlüpft Flupsiwups, die Treppe hinunter Zum Döner um die Ecke gehüpft Welch ein Glück, er hatte noch auf Da bin ich rein, hab mir gleich was bestellt Ich sagte, hey Ali, einmal die 35 Bescheiß mich nicht, hier ist dein Geld Gleich darauf schob er die rohe Pizza In den Backofen rein Nebenbei fragte ich Ali, was macht die Freundin in Bali? Dann war die Pizza fertig, mhm, schmacko verzwein Als ich zur Tür rausging Da sagte Ali noch Tschüss auf Türkisch Wie sich's gehört Zu Haus mach ich den Deckel auf Oh Schreck, was ich da sehen muss Hat mich empört, ja fast beinahe verstört Auf meiner Pizza Salami ist Schinken 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 Anderer Tag, ein neuer Versuch Ich hatte Hunger auf Pizza Hawaii Mit dem Fahrrad zum Aldi geradelt Gezielt am Döner vorbei Die Tiefkühltruhe Erstrahlt in ihrem Glanz Käpt'n Iglu rät Verzicht lieber drauf Ich ignorierte ihn und nahm die Pizza mit Doch nach dem Kauf, da fällt mir etwas auf Auf meiner Pizza Hawaii fehlt Ananas 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 Das macht mir keinen Spaß Ananas 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020